servus leute mein name ist losag und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft leben natürlich sind wir wieder auf dem schönen nerox server ja ich muss mich jetzt mal gleich direkt am anfang entschuldigen dass ich jetzt ziemlich inaktiv war was auf nerox betrifft die letzten zwei wochen auch was ein bisschen von den videos her betrifft bezüglich den minecraft videos da kam es nicht so viel ok ja vor gestern vor zwei wochen kam der roll auf nerox was aber jetzt irgendwie nicht viel zu tun hatte mit den eigentlichen hauptprojekt was ich mit dieser geplant hatte und schon riesen mega groß angekündigt haben ja hier steht es boah mein kameramann den ich bald brauchen werde wieder und zwar seht ihr hier schon ein kleines stückchen von unserem kolosseum es ist jetzt also wir haben gestern am abend damit begonnen die ersten szenen sind schon beim rendern und beim produzieren von einem video schon also sie werden quasi gerade geschnitten weshalb sie jetzt noch nicht online sind aber die tage online kommen werden hier hat sich jetzt mal halt eben einen kleinen einblick wir müssen halt eben jetzt noch warten bis wir noch die restlichen gas blöcke dazu bekommen dass wir das dann fertig machen können aber das ist jetzt mal schon die erste hälfte wortwörtlich die erste hälfte von dem grundgerüst sage jetzt mal vom kolosseum natürlich wird es noch viel höher das ist jetzt erstmal die erste stufe von vier oder fünf glaube ich ja wir werden das jetzt dementsprechend zu machen dadurch dass es viel denken viel überlegen was man auch in dem video sieht was mein kameramanns aufgenommen hat dass man viel sieht dass wir nachdenken ausprobieren passt das so passt es nicht so wie kann man das eventuell anders machen oder mit einem anderen blog dementsprechend werden halt auch hauptsächlich vorerst die videos weil es ist es geht jetzt ziemlich viel um man es also man sieht es gar nicht aber es geht wirklich viel ins detailarbeit und ins bisschen mathematische weil wenn wir jetzt einen fehler machen im grundgerüst und dann später erst bemerken wenn wir schon bei der fünften etage sind oder schon hier ganz drin beim inkreis dass wir ganz außen den fehler gemacht haben dass es jetzt wir dann allgemein nicht mehr weiter bauen können ist das beschissen weil wir dann wieder alles abreißen müssen und das dauert natürlich extrem viel zeit und ja ist unnötiger aufwand weshalb wir jetzt die ersten paar videos zumindest auf meiner seite als speed videos kommen wahrscheinlich von dieser seite her auch ich weiß nicht wie sie das macht das muss ich mit ihr noch quatschen aber auf jeden fall werde ich das von meiner seite her die ersten paar mit speed videos machen so keine ahnung viertelstunde lang oder 20 minuten mit einem musik drunter kaut schöne musik ja wo wir das machen natürlich später kommen dann wie vorgehabt die ganzen streams und videos wo wir live mit euch dann quasi das kolossium bauen werden aber natürlich erst dann wenn wir jetzt nicht mehr so ins detailarbeit gehen sprich wenn wir jetzt zum beispiel den kreis fertig haben dann langsam mit den etagen wir machen das hat also wir haben das so geplant dass wir wenn wir jetzt den kreis fertig haben dass wir dann halt quasi hinauf gehen in die höhe mal das alles machen dass wir den einen kompletten kunden kreis also ovalen kreis sage ich mal komplett fertig haben dass wir halt eben nur noch die ich glaube dass wir halt nur noch eben dann die reichlichen ringe machen müssen aber auf jeden fall wenn wir das dann mal fertig gerundet haben werden wir dann halt eben die live videos machen wo wir dann halt auch im live quasi das bauen nur dann wird das halt dann eben wie ich auch damals gesagt habe so unerwartete cuts dann kommen also ich werde einmal dann eine begrüßung machen dann werden halt immer mit dem video so alle 15 minuten ungefähr ein cut kommen wo dann und dann am ende steht vorsetzung folgt und dann so bei der nächsten folge kommt ein kleiner einspann wo ihr dann halt 10 was ihr so in der letzten folge verpasst habt so von zehn sekunden 20 sekunden ungefähr und ja dann geht halt das video quasi weiter weil ich will jetzt nicht viertelstunde aufnehmen dann pausieren dann warten also halt nicht warten halt pausieren dann halt auch auf die urzeit schauen dann wieder von neu beginnen mit der begrüßung immer wieder und das ist ja das bringt nicht viel so mache ich gleich ein paar stunden wäre also mehr stunden auf einmal durch und tut es dann hatten was dann natürlich auch endeffekt ein bisschen einfacher für mich ist und ja auf jeden fall was ich noch dazu sage wenn ihr uns unterstützen wollt mit roxys oder materialien wir brauchen im moment sehr viel sehr 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 viel Quarz wie ihr seht bis auf hier außen das ist also ja bis auf den grund stein quasi hier ist das das ist dieurid polierten dieurid was wir hier verwenden sonst alles ist hier Quarz also Quarzsäulen und polierten meißelten Quarz und normale Quarzblöcke also wenn ihr uns unterstützen wollt mit materialien zum beispiel dann äh brauchen wir extrem viel Quarz also ihr könnt mich einfach dann ingame anschreiben oder im ts unter dodo zocker und ja sonst habe ich eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen was ich eigentlich noch machen will was ich auch wieder einführen will was ich damals wie ich Minecraft begonnen habe aufzunehmen aufzunehmen als Minecraft leben das wir halt immer geschrieben haben sagt hallo zu youtube das halt die leute bescheid wissen dass sie jetzt gerade in der aufnahme sind also halt ihre chats in der aufnahme sind und ja die türme müssen halt auch noch eben weg ist mir gerade aufgefallen äh was ist denn da denn drin äh da ist nix drin oh ah ok gut das sind nur die äh die Mauer Ressourcen ich weiß jetzt nicht stimmt genau das wollte ich hier dann noch zugleistern also halt so einen äh zu 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 schütten das wasser hier in den weg machen und das hier rest werde ich hier da ähm weg machen genauso wie hier dass wir dann hier einen schönen Fluss äh durchgang haben dann machen wir was ich mir äh was mir eingefallen ist was ich euch auch noch sagen kann ist dass wir nicht einfach so mainstream haft dann später zum kolosseum übers wasser oder allgemein zum lagerhaus weil das ist ja hier ungefähr dann in der mitte drin äh dass wir dann so mainstream mitten durch einen weg bauen nein wir bauen einfach mal unterirdisch eine u-bahn von a nach b natürlich weil hallo das ist doch einfach genial und mitten unter das wasser machen wir vielleicht so dass wir ähm so glas bauen ganz tief unten also halt wo noch was ist dass wir dann oberhalb quasi ein glas bauen dass wir direkt übers wasser fahren und ja also ich bin da jetzt wieder ziemlich motiviert geworden was meinschaft betrifft dadurch dass ich gestern mit lise begonnen habe zum bauen äh diese motivation hat mich jetzt vor zwei wochen ziemlich äh verlassen weil ich halt irgendwie wieder Bock auf star wars or the public bekommen habe und weil äh es irgendwie generell meine ganzen leuten sowie auch lise und die anderen leute die hier in der titon wohnen ziemlich viel mit schulstress jetzt die letzten paar wochen äh waren bezüglich tests und schularbeiten etc weshalb ich weshalb mir jetzt auch irgendwie ein bisschen minimal die lust vergangen ist weil ich mich halt doch schon extremst gefreut habe was bei meinen vorvideos das man gesehen hat aufs kolosseum was ich aber jetzt halt eben leider nicht beginnen konnte wegen der lise weil sie äh in terminstress und schulstress war und aber jetzt ist sie da und jetzt können wir beginnen und starten ich kann euch mal ganz kurz zeigen das haus von elena das ist echt toll also von angel gaming leider was mir hier noch ein bisschen fehlt sind die in architektur sachen also halt ein bisschen lehm rein hauchen äh ja hier baut lukas 7188 den kennen wir doch schon bestimmt von ein paar folgen und ja hier baut unsere wiki der dann komplett also ihr haus komplett abgerissen und hat das jetzt hingeklatscht toll jetzt muss ich dann den weg um eins hinüber verschieben ähm ja wurscht da ist auch noch nicht viel gemacht äh ja genau und der Kono der ItsKono hat hier ein Baumhaus hingeklatscht der ist ja eben noch mein Dings mein wie heißen das mein äh Bestrafungsvideo schuldig was er aber hoffentlich die Tage dann online bringen wird endlich dann werde ich das auch nochmal extra auf meinen Kanal hochladen beziehungsweise euch das dann irgendwie verlinken und ja sonst war es das jetzt eigentlich was jetzt alles an neue Sachen angefallen sind die letzten Wochen äh wovon ihr jetzt eigentlich Bescheid wissen solltet oder ich es halt mit euch teilen will und ja würde mich freuen wenn wir uns dann hier auf dem Server sehen die ganzen IP-Adressen vom Server und vom TS findet ihr unten in der Infobox und ja wie gesagt wenn ihr Materialien spenden wollt oder ROXIS schreibt mich einfach im TS an oder halt ingame und ja ansonsten wenn euch das Video gefallen hat würde mich freuen wenn ihr einen Like da lassen würdet und natürlich auch könnt ihr gerne kostenlos mich abonnieren und ansonsten ja ich hoffe wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal mein Name ist Ruder Zocker und tschüss bis 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 bis